Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es Medal of Honor Warfighter, das Ganze auf der Alphara-Klippe und das Spiel heute ist Krisengebiet. Also fünf mögliche Bombenpositionen werden zu viel nacheinander aktiviert. Der Angreifer hat drei Minuten Zeit, eine Detonation herbeizuführen. Gelingt ihnen das dreimal, haben sie gewonnen, werden sie vom Verteidiger dreimal daran gehindert, haben die Verteidiger gewonnen. Klingt ziemlich easy-beasy und das Ganze wurde erspielt von The Killer Pinguin HD und bin mal gespannt. Also Medal of Honor bin ich mal gespannt, wie das bei euch so ankommt. Es gab ja den einen oder anderen Kommentator, der gesagt hat, gefällt mir nicht so. Ich habe es auch hier, mich haut es auch nicht so um, aber es gibt anscheinend doch Leute da draußen, die sich für dieses Spiel interessieren. Und da habe ich mir gedacht, komm, zeige ich es einfach mal und dazu packen wir mal eine Menge unnützes Wissen. Hier seht ihr auch schon, US Army Soldat wird ausgewählt. Fragt mich nicht, wie die ranzige Waffe hier heißt. Ja, wie sieht denn das Ding aus? Keine Ahnung, kannst du nicht mal beschreiben. Nichtsdestotrotz fangen wir mal an mit einem bisschen unnützes Wissen, das ist ein Intro, bevor jetzt die Leute wieder meckern. Da seid ihr ja alle groß drin, ne, im Meckern. Sobald du dich irgendwie mal im Titel verschreibst, äh, oder verschrieben hast, da habe ich irgendwie jetzt nicht die geschrieben, sondern die. Hi, da fangen sie direkt wieder alle an, äh, du bist so ein Honk, wie kannst du dich verschreiben und tralala. Ja, 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 Freunde, irren ist menschlich und ich mache auch meine Fehler. Und hört auf, alle davon in den Videokommentaren rumzuspammen. Ich lese die Kommentare durch, das reicht, wenn da zwei Leute reingeschrieben haben, gebt dem Kommentar ein Däumchen hoch. Und versucht dich selber nach Däumchen da zu winseln. Apropos, Däumchen hoch fürs Video. So, jetzt kommen wir aber an der Mensch und sein Körper, so fangen wir heute mal an. Und zwar hat der Mensch im Mund mehr Bakterien als im Darmausgangsbereich. So tummeln sich weit mehr als 22 Millionen, 22 Mille Bakterien im Mundraum. Auf der Zungenoberfläche sind es etwa 11 Millionen 680 Tausend. Ja, da hat ein Zungenkuss doch mal eine ganz andere Bedeutung. Ja, die, was ist das denn? Die Haarbalgmilbe setzt sich in den Poren der Kopfhaut und ernährt sich vom Talg. Experten schätzen, dass etwa 5 Haarbalgmilden je Quadratzentimeter sind. Das heißt, ein Mensch beherbergt in der Regel einige hundert Exemplare. Besten Dank. Unnützes Wissen, heute mal zum Kotzen. Das menschliche Herz kann einen so hohen Druck erzeugen, dass das Blut mit etwa 9 bis 10 Meter weit spritzen würde. Der normale Blutdruck beträgt 130 Millimeter Quecksilbersäule, also der Druck, der von einer Quecksilbersäule von einem Millimeter erzeugt wird. Also umgerechnet 0,1729 Bar für die Mathematiker unter euch. Finde ich schon mal ordentlich. Jeder Mensch produziert 2 Liter Magensäure täglich. Der Salzsäure-Galt liegt bei 0,5%. Eine Konzentration, bei der sich eine Rasierklinge auflösen würde. Heißt jetzt nicht, dass ihr Rasierklingen schlucken solltet. So. Wie viel Kopfhaare? Ne, das ist langweilig. Das ist echt langweilig hier. Der Urin eines gesunden Menschen. So muss ein Satz anfangen, da weißt du schon, da kommt was Gutes bei raus. Ist direkt neben dem Wasserlassen steril. Ist er es nicht, liegt zum Beispiel eine Blaseninfektion vor. Und die Hände sollte man sich trotzdem waschen, da Harnstoff ein prima Nährboden für Bakterien ist. Deshalb ist er aus Wildpinkeln verboten worden, glaube ich. Der Durchschnittsmensch verliert am Tag im Schnitt 85.000 Gehirnzellen. Es werden aber nur 50 neue gebildet. Das finde ich krass. Hammer. So, für die Mädels unter euch. 90% der Frauen haben asymmetrische Brüste. Meist handelt es sich jedoch nur um eine geringfügige Abweichung. Also wenn die eine an der Schulter ist und die andere am Bauchnabel, dann sollte man sich Sorgen machen. Aber bis dahin, passt. So, die Haut unserer Füße hat ca. 250.000 Poren. Wer, Freunde, Ohrenschmalz ist neben Galle das einzige Sekret des Menschen, das stark bitter schmeckt. Wer hat bitte, wer ist bitte hingegangen und hat seinen Ohrenschmalz probiert? Bitte? Hä? Wer war das? Also, Frauen haben mehr Schweißdrüsen als Männer, sie sind jedoch weniger aktiv. Mhm. Der Mensch produziert einen 3,25 Liter Speichel am Tag. Bei Mundoffenschläfern landet ein Großteil davon nachts im Kissen. 34.830 Liter Urin will pinkeln wir in unserem Leben. Das macht 315 lauwarme Badewannfüllungen. Bleh. Ah. Boah, Freunde, das ist doch echt widerlich. Ein Mensch verbringt etwa drei Jahre seines Lebens auf dem Pott. Also hier steht auf der Toilette, aber ich muss das Ganze ja ein bisschen interessieren. Das Ejakulat, also hier mal für den Jan. Das Ejakulat tritt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 44,8 Stundenkilometern aus. Headshot. Wenn man nie, stellt sich der Körper genau in diesem Moment sämtliche Funktionen ein. Sogar das Herz hört auf zu schlagen. Wusstet ihr auch noch nicht. Finde ich aber gut. Also wenn die ganze Zeit nießen muss, bist du tot. Hast du, hast du, hast du, bist weg. Feierabend. Drei Minuten. So. Das menschliche Gehirn hat eine Speicherkapazität von etwa 4 Terabyte. Wie kommt man auf so ein, so was, wie kann man das berechnen? Eine CD hat 650 Megabyte, das mal zum Thema. So, unser Gehirn hört mit dem 18. Lebensjahr auf zu wachsen. Da ist auch wieder die Frage, genau wenn du am Geburtstag hast, genau zum Datum, zum Zeitpunkt, ja, wo du, äh, wie soll ich sagen, wo du jetzt, äh, ja, stündlich, auf die Minute, genau, das ist eine gute Frage. Ähm, der Mensch pupst durchschnittlich, der Mensch furzt durchschnittlich 14 Mal am Tag, auch Frauen, ja, Frauenfurz, ja, ja, der gute Frauenfurz. So, was haben wir noch hier? Mal gucken. Oh, jetzt kommen wir hier mit, mit Drogen. Was ist denn hier in dem Buch? Heroin. Physisches Schadenspotenzial 2,78. Abhängigkeitspotenzial 3,0, Schäden im Umfeld 2,54. Weg. Nächstes Buch. So, was haben wir denn hier Feines? Im texanischen German Belt spricht man noch deutschen Dialekt Texas German. Mhm. E-Mail-Adressen, die mit A, M oder S beginnen, erhalten mehr Spam als welche, die mit Q oder Z beginnen. Also, Freunde, nennt euch um in Quarzsandhersteller. at web.de, dann habt ihr, ja, auf jeden Fall ein bisschen Vorder. Übrigens, hier zum Texas German haben wir auch direkt ein Beispiel. Die Q ist über die Fans gejumpt. Oder wir mieten uns in Town. Also, noch mehr Verunglimpfung der Sprache an sich. Eine Hochzeit kostet in Deutschland im Schnitt 14.800 Euro. Ja, Prost Mahlzeit, Freunde. Prost Mahlzeit. Jedes zweite Kind, das heutzutage zur Welt kommt, hat eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Was? Wie geht das denn? Also, mal ehrlich. Ich mein, hm. Keine Ahnung. Lukas Podolski ist der am häufigsten gesuchte Prominente bei Schwuggele, einer Suchmaschine für Schwule. Eintagsfliegen essen nicht. Lohnt ja auch nicht. Für was sollen sie denn essen? Schluckauf kann man auch im Schlaf haben. Also, wenn nächstes Mal eure Freundin Schluckauf hat, Kamera an, hochladen. Videoantwort. Was? Der Weltrekord für den höchsten Sprung eines Schweines beliegt bei 70 Zentimetern. Hoch, oder was? Hochsprung. 70 Zentimeter. Ein Schwein aus dem Stang. 70 Zentimeter. Wie geht das bitte? Costa Cordalis spricht acht Sprachen fließend. Mario aus dem Videospiel Super Mario ist nach dem Vermieter der ersten Nintendo Zentrale in den USA benannt. Pflanzen können Fieber bekommen. Wusste ich auch nicht. Männliche Schimpansen teilen ihr Futter gegen Sex mit weiblichen Schimpansen. Das hatten wir schon mal, aber das finde ich immer noch so geil, dass ich es nochmal erwähnen musste. In Norwegen gibt es einen Wintersport namens Geilo. Geilo! So, weiter geht's. Übrigens, bevor jetzt das Gemecker losgeht. Äh, Krieger, wo sind denn die ganzen Leute? Lad doch mal wieder jemand ein und so. Wir haben es gerade, ihr glaubt es nicht, 20 nach 6 morgens. Ich hänge so ein bisschen hinterher. Und deshalb, äh, ja. Mache ich das jetzt hier. Es ist kein Schwein online. Keine Saus da. Alle, alle am Pennen. Naja. 4 von 10 Suchabfragen im Internet führen zu nichts. Was kriegt man raus, wenn man nichts sucht? Was ist die Frage? Die deutsche Flugbegleiter-Gewerkschaft heißt UFO. Der US-Präsident hat eine eigene Postleitzahl. Will ich auch. Ich will auch meine eigene Postleitzahl. 1, 2, 3 Krieger. Und dann haben wir noch. Und dann haben wir noch. Wo man so eine Expedition zum Mond, also so ein, so ein, so ein Mondflug gewinnen kann oder kaufen kann, wo man dann halt so eine Art Touri-Trip zum Mond macht. Meine Frage. Ist das für euch interessant? Sagt ihr, boah geil, möchte ich unbedingt mal erleben? Oder sagt ihr, ja, ist überhaupt nicht mein Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt doch die Erde eigentlich ganz gut. Also was will ich auf den Mond? Hm. Was haben wir noch? Für die Herstellung von einem Liter Cola sind 2,6 Liter Wasser nötig. Ja, Zucker saugt halt auf. 99% der Stadtbevölkerung von Äthiopien lebt in Slums. Für die Leute, die nicht wissen, was Slums ist, sondern nur die Karte kennen, genau so ist es. Aufgrund der Thermik kommen Fliegen morgens und abends langsamer voran als während des Tages. Wusstet ihr auch noch nicht. Das heißt, abends kannst du dich viel, viel besser an die Scheibe flanschen. Was haben wir denn noch hier? Ich muss immer, immer so ein bisschen mal gucken, dass es auch was Interessantes ist, weil mal ehrlich, Volkssängerin John Bees bei den 70er Jahren mit Apple-Gründer Steve Jobs liiert. Interessiert doch keine Sau. Menschen werden häufiger von ihr fern getötet als von Löwen. Das wusste ich. Also, dass Nierpferde für die, ähm, für die meisten Tode in Afrika verantwortlich sind. Das war mir auch klar. 11% der Deutschen heißen Müller. 11% der Deutschen. Jetzt ist die Frage, heißen auch 11% meiner Abonnenten Müller? Hm. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-il besitzt eine Wasserrutsche im Garten. Ja, man muss ja mal ein bisschen Spaß haben, wenn man hier mal irgendwie, äh, gerade ein bisschen Stress macht, ne? So, 13.000 Radfahrer pro Tag missachten in Münster eine rote Ampel. Wenn die so scheiße ist. So, auch mal wieder hier eine Frage für, für, zum Thema Sex. Wann darf ein Wasser, ach, wann darf ein Kondom nach deutscher Industrienorm, äh, platzen? Ab was für einer Fülllänge in Litern? 18 Liter müssen in ein Kondom reinpassen, erst dann darf es platzen. Jetzt ist auch wiederum die Frage, wie kommt man auf 18 Liter, Freunde? Namibia bedeutet übersetzt Platz, an dem es nichts gibt. Das ist echt mal geil. So, wir nennen unser, unser, ja, Dorf hier, Namibia. Ja. Warum? Ja, Platz, an dem es nichts gibt. Dass er aus dem Land wurde? Okay. Der Papagei, den Karl Theodor zu Gutenberg als Kind hatte, wurde vom Familienhund gefressen. Ja, Alter, wer kommt auf sowas? Übrigens, ich hab noch so ein Buch mir geholt, äh, die, was, was waren das? Ich glaub, die tausend abstraktesten Todesursachen oder irgendwie sowas. Also, es ist schon ein bisschen makaber, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Aber, Leute, da stehen Sachen drin, die sind so sensationell genial. Ähm, zum Beispiel ein Typ überfährt einen Hirsch, Lkw-Fahrer, überfährt einen Hirsch, sieht im Rückspiegel, oh, der Hirsch zappelt noch rum, steigt aus und will sich das näher angucken, wird von einem anderen Lkw erfasst, stirbt aber noch nicht, sondern wird auf dem Geweih des Hirsches, den er überfahren hat, aufgespießt und der Hirsch überlebt. Also, äh, ziemlich strange. Dann, dann irgendwelche, was weiß ich, zum Beispiel irgendein, äh, ein Filmtyp, irgendein, äh, Filmsternchen, also ein Schauspieler, wollte, ähm, hatte panische Angst vorm Fliegen und hat dann in irgendeinem Film, oder, nee, hatte Angst vor Wasser. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das war, aber hatte Angst vor Wasser, keine Ahnung, äh, und hat dann in einem Film teilgenommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Film hieß, ist ja auch Drisspiepe, ich nenne ihn jetzt einfach mal Drisspiepe. Der Film hieß Drisspiepe. Und der Schauspieler hat in dem Film Drisspiepe mitgespielt und musste dort schwimmen und wurde halt so ein bisschen vom, vom Regisseur angelogen. Da ist nichts passiert. Ein Jahr später geht er auf ein Schiff, das auch Drisspiepe hieß und das Schiff, äh, ja, sinkt einfach mal gediegen und er verreckt auch dadurch. Wollt ihr sowas auch hören? Das ist jetzt mal die Frage, das würde mich mal interessieren. So, es ist ein bisschen makaber, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde auch definitiv nicht alles erzählen, aber da sind ein paar, so hart es klingt, ein paar witzige Szenen oder, äh, ja, Sachen sind, sind irgendwie mit dabei. Und, also, mich amüsiert es, jetzt ist die Frage, äh, könnt ihr euch da, oder sollt ihr einfach mal so eine Testrunde machen? Das ist jetzt mal so die Frage, die ich an euch habe. Der Drops ist hier auch wieder gelutscht, 32 zu 5. Danke an der Killer Pinguin und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Metal of Honor findet, wo ihr das Ganze jetzt ja hier ein bisschen mehr als 15 Minuten gesehen habt. In diesem Sinne, äh, blablabla, 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 blablabla. In diesem Sinne bin ich jetzt mal hier raus, verabschiede mich mit einem guten Schuss und, äh, morgen denkt an die Paderwan-Videos. Ich freue mich auf eure Resonanz, die Paderwan-Anwärter ebenfalls. Die sind alle schon gespannt, wie viel zu bauen? Und ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Woche gefunden habt. Am Montag habe ich die Padawan-Vorstellung hochgeladen. Am Dienstag das Poker-Turnier, am Mittwoch FIFA komplett. Dann gestern gab es Kommentaries, heute ein bisschen unnützes Wissen. Gepaart mit so ein bisschen Perversitäten und all dem ganzen Sabradi-Gedöns. Und ja, morgen die Padawan-Videos. Wie findet ihr so eine Woche? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt bin ich raus. Gutschuss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.